Ausgesetzt in der Wildnis von RhinoShield Dämpfen sieben Kammaken ums Überleben Keine Gegenstände, keine Kleidung am Körper Keine Tages-Challenges, keine sieben Tagen, keine Isolation Kein Gewinner Voll-Bloll Es k-x-x-x-kalt-s-a-s-und-ha-ha-ha-ha Ich hab mich noch nie so gefühlt wie gerade eben Habs war krass Ich merke auf jeden Fall, dass das so einfach ist wie gedacht So Ich bin scheiss RhinoShield versus seven Sponsored by LoSess Der rechte Fuß auf die Kante, dann hier drauf Der rechte Fuß auf die Kante, dann hier drauf, dann auf die Kante Und dann war ich oben Mo-mo-mo-mo-ien Ah Ne-yo-ien Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Es wird langsam hell Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber die Sonne ist aufgegangen. Ui, das Wasser ist warm. Das Wasser ist mal so warm. Käpt'n zur See. Hey. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Und die zwei Personen, die noch drin sind, sind meiner Meinung nach Martin und Martin. Heute nach sieben Schokoriegeln. Es ist ein Orgasmus. Freunde, das Feuer regnet im Hintergrund. An dieser Stelle nochmal ein fettes, fettes Dankschild an die SS, der Main-Sponsor von RhinoShield vs. SES, die dieses Projekt überhaupt das Mögliche gemacht haben. Schwimmen auf Platz 7. Niklas mit 24 Minuten 5. Boah, so schlecht. Ich bin der Erste an Tag 1. Und damit steht der Gewinner fest. Fritz Sulemaneke ist der Gewinner. Mit endliche Ehre. Und damit sage ich Tschau. Bis zum nächsten Mal. Ja, halt. 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 Ja, halt.